Mein Name ist Benjamin Bross und wir sind hier bei die Dressbrüder in Gauingen. Wir machen bio-vegane Fertigprodukte und Suppen-Curries sämtlicher Art. Die Handmann-Maschine macht super Hackbällchen in Größe und Form und Gewicht mit einem hohen Durchsatz. Die Handmann ist super, da gibt es gar nichts zum aussetzen, wenn man anruft und ein Problem hat, da wird einem immer geholfen, sie sind da, sie fragen nach wie es läuft, sehr präsent und es gibt keine Probleme. Die Handmann-Maschine macht super Hackbällchen in genes und Consumpt. Das encuentra hat gesungen nicht Vielen Dank.